Jo Leute, willkommen zurück zu Hercules, dem Mann für alle Fälle. Ja, hier im Theben, wo wir den Tod erleben und allerlei andere Dinge. Ja, ähm, das ist mir lustig, ja, ich bin für uns toll. Kann ich das vielleicht übrig lassen? Schau mal, was uns da jetzt erwartet. Aha, ein Boss schon wieder. Da links ist auch nur Hercules, wie wir sehen. Okay, da kommen hier nicht mehr rauf. Naja, welcher Boss wird denn hier aufrufen? Ich lauere, okay. Hitchcock, die Vögel! Ähm, was machen die noch? Ah, ah. Ah, okay. Einfach nur... Ich kann die Leute schon retten, wenn ich schnell bin, aber... Okay, dann hab ich auch der Wisch, der hat sich ein bisschen festgepackt, da. Stopp! 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 Jawohl, Double Kill! Ah... Nein! Er wurde entführt... Haha, haha... Ja... Ja... Gar nicht so einfach wieder, ne? Komm zu mir! Puppu! 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 Jawoll! Das läuft ja gerade! Ha 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 ha! Da war ich zu langsam. Okay, der ist da im Vordergrund. Oh, du Mistvieh! Der hat sich da festgepackt? Könnt ihr mal auf mich warten? Ah, da ist er ja. Jawoll! Ja, dich habe ich auch noch der Wisch. Gut, viel haben wir nicht mehr. Okay, der ist auch weg. Tschüss, guten Flug! Ich kann dich nicht retten. So. War noch nicht erledigt? Ja, jetzt sind sie verschwunden. Nice. Gut, dann holen wir sich die Herkulade! Ganz wichtig. Herkulade! Das klingt irgendwie schwul. Entschuldige. Die Herkulade, ja Limonade, Herkulade. Oh ja. Warte, geht es weiter? Oder ist da oben auch eine? Nein. Wow, wir sind voll am Arsch. Ach, da ist eine! Herkulade! Ach, da habe ich Blitze sogar. Wow, wenn mir das mal einer früher gesagt hätte. Egal. Scheiße auf die Blitze! Hauptsache, wir haben es. Oh, da haben wir mega Herkulade. Herkulade! Triple Extension! Aha. Übrigens, da hinten im Hintergrund sehe ich gerade, da ist sogar ein Pfeil. Als Markierung. Hier geht es Downstairs. Downtown zu neuen U-Bahn entheben. Hier. Herkulade! 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 Ich bin bei einer Tipp! Komm her, Herkulasse, du schaffst das! Schaff das! Ja, was? Hat er mal wieder so einen, der sich gerne herzeigt? Ah! Huh! Huh! Weh, die Katze kommt jetzt! Ich bin gerade beschäftigt mit anderen Dingen. Okay. Wie gesagt, jetzt ist es wieder blind für mich, weil der Minotaurus war der einzige Boss. Ich glaube, ich werde bei so Checkpoints einen Save einlegen. Nur zur Sicherheit. Ähm. Kann ich das verschieben? Nein. Das heißt, dann kann ich da nur rauf. Na, dann mache ich das auch. Komm, zeig deine Nacketeis. Herkulade! Herkulade! Mamma mia, ist das ne Herkulade! Okay. Okay. Ui, das Level werden wir ja total gut abschließen. Zumindest bis jetzt. Din, 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 din. Jump! Ähm. Tatsache, Jump. Ähm. Ich muss darüber da oben. Weil da könnte theoretisch... Der nächste Buchstabe für mich sein. Der Buchstabe. Na dann. Herkulade! Also das Level gefällt mir am besten bis jetzt. Das ist so richtig... Modern! Nicht im Wald herumgeistern und Trainingsparcours, der eh nichts bringt. Die Steuerung, die kann man sich wahrscheinlich nur im Hauptmenü anschauen vorher. Herkulade! 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 Fuck. Ich sollte vielleicht da nochmal kurz abwarten, weil... Yep. Ich will die Base haben. Ich bin antiker Sammler. Her damit! Ich sammle für die Leidenschaft. Ich bin auf DUDO! Ja! Ja! Das Level dauert noch so lang! So nebenbei muss ich aufpassen. Autsch! Ich habe mich erwischt. Ich glaube, ich warte noch mit der Herkulade. Genau deswegen. Gut, dass ich noch gewartet habe. Ja! Cool! Herkulade! Ah! Da oben haben wir den Helm der Unsterblichkeit. Haben wir da was? Nein! Gut, dann... Weil das ist das schöne Ding hier. Ah nein! Blödsinn! Das war ja nur eine Münze! Aha! Ich bilde mir schon Sachen ein, so wie es ausschaut. Und eben ist verwirrend! Hä? Was? Moment! Zwischen R und... Das R war doch da oben? Das heißt, das müsste ja auch da wo liegen, oder? Sehe ich das richtig? Habe ich das jetzt vers... Klappe, klappe, klappe. Da war doch das Herr... Ah, das R da oben. Ja! Verpiss die Katzenvieh! Okay, machen wir mal. Ein Checkpoint hier. So. Ähm... Ja, genau! In den letzten Funken Flammen... ...dreh dich da rein. So. Ja, cool an. Okay, ich habe doch einen Bugstamm für's... Scheiß Katzenvieh. Entschuldige, aber... Ich mag Katzen normalerweise. Ich habe zwei daheim. Aber... Man kann es übertreiben hier mit den... mit den Feuerrinos. Ähm... Vielleicht stapfe ich mal hier. Nein, da passiert nichts. Nichts. Ja, dann... Dann gibt's halt den Bugstamm grad irgendwie nicht. Dann ist er grad nicht zur Verfügung. Wurscht, lassen wir den. Muss er nicht zwingend alle Bugstamm haben. Mache eh kein 100%. Okay, die weinende Wolke will ich auch nicht. Weg damit. Also rechts würde ich sagen, wird's weitergehen. Dann schauen wir mal kurz nach links, ob's da was gibt. Auf alle Fälle haben wir hier was. Vielleicht ist er das C hier drunnen. Oho, ist C. Ja, na wirklich. Und wir sind wieder im Geschäft. Wir haben Herku. Die Herkulade. Den Sprung hättest du aber so auch geschafft. Herku. Beschämend manchmal. Beschämend. Deine Art zu spielen. So. Eigentlich bin es ja ich. Was gibt es denn eigentlich noch hier in der Stadt? Den Medusa, ne? Die wird lustig werden, die Medusa. Oh ja. So, jetzt haben wir wieder den Straßenverkehr. Ja, fahr doch weiter. Hahaha. Jump des Todes. Ich will die eigentlich nicht verbrauchen. Schauen, ob es da irgendwas gibt. Nein, glaube ich hier nicht. Gut. Checkpoint. Dann lassen wir mal das so. Ja. Oh. Ein Bandit. Na, den haben wir gleich zum Fressen. Ja. Ja. Komm. Hack dich um. Keine Zeit für dich. Oh ja. Das haben wir auch schon voll. Sollten es vielleicht auch mal vernehmen. Das ist schon wieder ein feiner Hund. Der Mauer sieht doch verdächtig aus. Habe ich mich erwischt? Sorry. Zufällig war da ein Pfeil noch. Da ist aber wieder einer an der Wand. Das sagt aber jetzt nicht aus. Das ist doch ein Stapfen. Okay. Vielleicht genau hier. Okay, ja. Der Mauer hat der Pfeil vorhin auch nur zu voll. Da oben haben wir was. Hallo. Ah, das geht sich sogar aus. Nice. Und vielleicht noch ein kleiner Sprung weiter, lieber Herr. Ach, da mal wieder den. Kau. Sag mal. Ui, das ist... Da ist Timing gefragt. Da ist Timing gefragt, liebe Leute. Ja, Herrki. Kaku-Lade. Ja, geschafft. Und da hat man nicht auf das Elum. Herr Kuhl. Wir sind cool. Der Herr Kuhl. Das ist halt mal ein Rente von mir weg. Ja, ich denke, sie wird auch gemarschen. So, was haben wir hier Schönes? BING! Keinem... Kein Buchstabe? Gar nichts? Vielleicht versteckt er sich nur gut. Nein, tut er nicht. Na dann. Jump, jump to the air. Ha, 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 ha. Oh, hab ich dich erwischt. So, jetzt gehen wir aber da runter. Okay, da war... Oh, nein, ich hätte rüberhüpfen müssen. Ich honk. Gut, auf ein neues. Ding, 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 ding. Oh Gott. Das war jetzt knapp. Geht's da noch weiter? Nein, da war nix mehr. Wat? Stopp. Da... Alter. Da glitzert ne Münze. Wie komm ich denn an die ran? Dann müsste ich ja von da ran kommen. Und da ist auch ne Vase. Verdammt mich. Hä? Aber ich kann da nicht weiter runter. Ja, wir schaffen doch nicht alle Vasen wieder. Ha, 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 ha. Da sind ja keine Stüge, gell? Nein. Da kann ich dann generell... ...im Vordergrund weiter vorne rechts... Schauen wir mal. Was anders fällt mir auch nicht ein gerade. Bastard. So. Hab, 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 hab. Ding. Weg ist frei. Oh, oh. Oha. Viele... Viele, viele, viele Nacken durch. Ich wollte eigentlich nur... Wollte eigentlich nur die eine Münze. ...dass wir haben. So. Na gut, dann... ...gucken wir mal hier weiter. So. Dann hier. Perfekt. Meine Herkulade ist weg. Nein. Dreh dich her. So, was haben wir hier oben? Außer Münzen. Epp. Der hat ein Buchstamm des Links. Herkule. Haben wir da noch was? Herkule. Nice. So, jetzt will ich aber den Weg nach links noch gehen. Da haben wir auch... ...ne Bodenbeschaffenheit, die zu wünschen durchlässt. So. Und das Herkules. Und das Herkules. Das ist ganz richtig. Haben wir halt komplettiert. Schön. In Thepen wirst du viel erleben. Es stimmt. So. Alter. Wow. Das war ein nice Jump. Der hat nichts gebracht. Ah, da kann ich hier rüber. Okay. Aber vielleicht kann ich das greifen. Ah, okay. Na, dann nehmen wir es doch gleich mit. So. Kommst du da rauf? Ja, kommt da der Gedehme. Gut. Jetzt hätten wir, glaube ich, auch alle Vasen. Ich glaube, das waren sogar fünf, oder? Ah, das ist Backtracking, wenn man wirklich alles haben will. Wie gesagt. Hätte ich ja auch gern nur in dem Spiel... Ja, das spiele ich nur so durch. Weil es auch... Da hat er mich... Weil es auch für mich das erste Mal ist. Und ein höherer Schwierigkeitsgrad auch. Herkulisch. Das war's. Ich dachte, jetzt kommt noch ein Gegner. Okay. Gut. Soll mir recht sein. Geschafft, liebe Leute. Ha, Herkulite. Macht mich stark. Besonders sweet. Ähm... Bitte? Habe ich alles gesautet? Ja, ich habe zumindest... Das Herkulis. He. Herkulis. Kuh. L. 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 Ja, toll gemacht, Leiner. Kompliment. Hey, du wirst in Nullkommanichts eine Legende sein. Naja, nicht wirklich, aber... Oh, 100% sogar. Waaat? Was? Hä? Warum Heldenstufe ist Schwächling? Das verstehe ich jetzt, weil ich Leben verloren habe. Also, die Bewertung ist mir gerade nicht klar. Finde ich nicht wunderbar, aber... Ja, was... Was soll ich machen? Ja, ich bin der Schwächling der Nation. Oh mein Gott, nein. Ich habe gerade gesehen, wo es hingeht. Die Hydra. Das wird lustig. Oh ja. Hilfe, bitte! Es gab ein schreckliches Unglück. Hey, ich meinte ein anderes Unglück. Wunderknabe! Herkulis denkt Göttern sei Dank. Was ist denn los? Kurz vor der Stadt. Zwei kleine Jungen. Sie haben in der Schlucht gespielt. Dann gab es einen Erdrutsch. Einen schrecklichen Erdrutsch. Sie sind verschüttet. Kinder? Verschüttet? Phil, ist das nicht toll? Toll? Brich nicht gleich in Tränen aus. Komm mit! Ich... Du verstehst nicht! Ich habe Bühne! Okay, ist das nicht toll, Phil? Na, Kinder sind verschüttet. Ja, willkommen, nächstes Level. Die Hydra. Du, 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 du. Ist das ein Fluglevel, oder was? Fliege ich jetzt mit Pegasus durch die Lüfte? Ähm, doch. Du, 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 du. abschlägt viele weitere verdammt das war zu langsam darf mich nicht zu weit entfernt ja perfekt okay der burs das war knapp Hallo? Das sind Pixel! Oh, er hat sogar eine Vase schon erhalten. Autsch. Ja, komm her. Oh, Drecksvieh. Der Herkulet wäre nicht schlecht. Oder... Oder ein Power-Up, ja. Alter, du Drecksvieh. Ah, den nehme ich mal mit. So. Sag mal! Okay, scheiß drauf. Ich nehme mal die Herkulade mit. Perfekt. Aber leider... Oh! Besiegt? Ernsthaft? Okay, das... Das... Das war jetzt... Leichter machbar irgendwie. Selbst mit dem Schwierigkeitsgrad, okay? Okay, da kommt... Hallo, ich kann doch nichts dafür, wenn da nicht alle Münzen kommen. Ich bin doch nicht schuld. Und jetzt bin ich auch ein Held! Wollt ihr mich verhaschen? Vorher hatte ich alles gesammelt. Aber wahrscheinlich war ich zu langsam. Ja, aber die Hüte... Jetzt musst du es zugeben. Das war ziemlich heldenhaft. Hurra, mein Kleiner! Genau! Jetzt hast du es allen gezeigt! Okay. Oh, je. Ich glaube, da ist man böse. Ah, wie sehtest du zu mir? Ah, ah! Wow. Sieh mal einer ein. Tja, da kann man nur applaudieren, ne? Tö, tö, die Krotte der Medusa! Die nächste Heldentat! Oh, je. Na, das ist wieder... Lustig, lustig, tralalalalala! Die steinerne Frau ist wieder da! Ähm... Auch ein Bossfight? Moment mal. So. Anfang des Levels ein Safe machen. Jetzt habe ich sogar fünf Leben. Ähm... Ah! wo du 재� ist halt... 185 emails. Du hast schon dann gerade medicine, nehm... Wie jetzt kannst du jetzt in den Öfford? Exchange! Und damit muffleren Vielen Dank. Ich schau dir in die Augen, Medusa. Und tschüss. Okay. Mach gut, du Albtraum. Weg da. Ein weiterer Treffer für den Favoriten. Okay. Ja, ich habe das Prinzip verstanden. Scheiße. Oh je. Und erledigt wieder. Alter, ich weiß nicht, wie ich dem... ...der steinernen Säule ausweichen soll. Okay. Was der vorherige Gegner... ...leicht war, ist dieser... ...schwer. Schon wieder habe ich so viel verloren. ...schau dir in die Augen, Medusa. FRAKULADE! Die verliert zu wenig. Ähm... ...wollte ich nicht, sorry. Ich fahre... Ich kann mich nicht schützen vor dem Herabfallenden, oder? Oh je. Oh je. Es wird was werden, Leute. Oh je. I. Hyun. Und. his. Wir hatten. Und. Wir hatten. Vielen Dank. Vielen Dank. Und tschüss. Der hat ja immer noch so viel. Ich habe schon die Hälfte verloren. Nerf ich. Nerf ich, die Alte. Ein weiterer Treffer für den Favoriten. Mehr Skelettes, bitte. Herrkulade. Alter, wird das knapp. Wird das knapp. Okay, ich bin schon auf dem besten Weg dorthin. Aber eine Herkulade wäre nicht schlecht. Scheiße. Ja, genau das. Genau das, liebe Leute. Von heute. Tut weh. Ich habe keinen Schutz. Gar nichts, ne? Ja, probieren wir es nochmal. Letztes Leben. Das kann ja nur ewig dauern. Ich verliere zu viel da. Es muss da einen anderen Trick geben, dass ich da... Kaum was verliere bei den Säulen. Ich muss immer stehen bleiben, leider. Ich muss attackieren, genau. Perfekt. Schlaf gut, du Albtraum. Schlaf gut, du Albtraum. So, ich habe zwar mehr Energy, aber... Also Möglichkeiten. Autsch. 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 Skelette und so... ...sollten nicht dreschen dürfen. Es reicht, wenn ich den Damage durch die Säule nehme. Jakulade. Sehr gut. So, wieder perfekt ausgeblich. Es wird er schon. Drei oder vier Säulen noch. Aber schauen wir mal. Gebt mir meine Herkulade wieder. Und Jess. Sie wollen mir nichts geben. Schlaf gut. Albtraum. Perfekt. Oh, Autsch. Autsch, Autsch. Da kommen keine Herkuladen mehr. Ein weiterer Treffer für den Favoriten. Nice. Und Tschüss. So. Das wird immer knapper. Komm, sprühe deinen Lesersteine endlich. Scheiße, scheiße, scheiße. Das gibt's nicht. Leute. Okay. Ja, das ist wie smapper. So gefällst du. Ja, so gefällst du mir, Herk. Toll. Scheiß level. Ja, ich glaube, wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich, Leute. Da da da. Da da da. Da 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 da. Vielen Dank.